Also das mit Blasen klappt schon mal. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier auf meinem Kanal. Das ist das letzte Video für dieses Jahr. Und ich möchte mich bei euch bedanken für euer Feedback, für eure Kommentare. Es war ein schönes Jahr mit euch. Aber bevor ich euch einen guten Rutsch wünsche, zeige ich euch, was ich Silvester drunter trage. Strümpfe von der Firma Falke, BH und Höschen, keine Ahnung, die habe ich schon ziemlich lange. Und ein Strapsgürtel. Dazu dürfen Heichels bei mir nicht fehlen. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze im Stehen. Ich bin auf euer Feedback echt gespannt. Rüber kommt noch ein Kleidchen. Aber ich drehe jetzt gleich noch OF und BF. Daher dachte ich, man, lasse ich das. Aber vielleicht sehen wir uns dort. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Feiert schön und hoffentlich habt ihr kein Kater. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Eure Sascha Nylon 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 Eure Sascha Nylon